Habe ich dich enttäuscht? Habe ich dich verärgert? Du mich? Jawohl. Dieses Jahr? Ja. Ver... also... P-Day. Der Podcast-Day. Morgen, Kinder, wird's nichts geben. Nur wer hat Krieg noch geschenkt? Mutter schenkte euch das Leben. Das genügt, wenn man's bedenkt. Einmal kommt auch eure Zeit. Morgen ist es nicht so weit. Doch ihr dürft nicht traurig werden. Reiche haben Armut gern. Gänse braten, mach Beschwerden. Puppen sind nicht mehr modern. Morgen kommt der Weihnachtsmann. Allerdings nur nebenan. Nur nebenan! Fröhliche Weihnachten, mein Lieber. Aber das heißt, fröhlicher 4. Advent. Was für ein grausames Lied haben wir denn da gesungen? Was für ein großartiger Text von Erich Kästner. Morgenkinder wird's nicht geben von Erich Kästner. Weißt du, wann er das geschrieben hat? Oh, das weiß ich leider nicht. Ich hab's nur für... Ich hab... Ich find's großartig. Und gerade, weil wir morgen Weihnachten haben. Es ist 1928 geschrieben worden. Ah, okay. Und ich find das auch, ich find das unglaublich. Wirklich, ich find das, wie so vieles von Erich Kästner, ein Wahnsinn. Und natürlich, man sieht mal, 1928, Wir reden in der Zeit, bevor in Deutschland die größte Katastrophe in der deutschen Geschichte passiert ist. Und wo halt auch die Armut sehr, sehr groß war. Also wo Leute zusammen zu neunt in einem Zimmer geliebt, geschlafen, gekocht, gegessen haben. Und das inmitten von Großstädten. Also die in öffentliche Badehäuser gehen mussten, weil es kein Bad im Haus gab oder sonst irgendetwas. und man sich das auch nicht wirklich häufig leisten konnte. Und das hatte er hier halt besungen. Und woran es lag, war wie wieder mal das eine und einzige Thema. Es war nicht zu wenig Geld da, sondern es war ungleich verteilt. Ja, Verteilungsproblem haben wir immer noch. Ist das Gleiche. Haben wir immer noch. Haben wir ja in unserem schönen... Ich hoffe, das haben viele gehört und viel Spaß dran gehabt an unserem Weihnachtsscherspiel. Ich hatte riesigen Spaß. Ich hatte auch Spaß. Immer mit aufzunehmen. Hat mir auch riesig Spaß gemacht. Hat mir auch Spaß gemacht, das Ganze zu vertonen und so weiter. Also es war mal eine andere Arbeit. Und Alex, wir sollten uns das für nächstes Jahr vornehmen, dass wir öfter mal so eine Sondersendung machten, weil die uns beiden, glaube ich, Spaß macht. Gut, muss man noch ein bisschen mehr Arbeit reinstecken, aber daran soll es nicht scheitern, oder? Daran soll es nicht scheitern, das finde ich auch. Da bin ich dabei. Es ist der vierte, vierte, vierte Advent. Und wie jeder der Adventssonntage steht der vierte Advent unter einem bestimmten Motto. Und heute gedenken wir... Black and white? Ja, genau. Der Verkündigung. Das bedeutet, also der Verkündigung durch den Erdengel Gabriel, der ja der Maria und dem Josef erschienen ist. Ich weiß jetzt nicht, ob er ihnen wirklich beiden erschienen ist. Und also gesagt hat, Leute, ihr seid schwanger. Ihr? Also sie? Er? Naja, heute sagt man ja auch von Ehepaaren, wir sind schwanger. Weil sie ist zwar dann die Schwangere natürlich körperlicher Art, aber er ist ja dann scheitschwanger, mitschwanger. Legt auch an Gewicht zu und Wassereinlagerungen und die ganze Geschichte. Kann man nachweisen. Macht sich natürlich Sorgen. Natürlich, ganz genau so. In diesem Fall haben wir schon was Besonderes, weil ja der Josef in dem Moment irgendwie ganz schön blöd geguckt haben muss. Denn er hatte ja mit seiner Ehefrau keinen Sex. Das war ja die Jungfrau Maria. Warum eigentlich? Ich verstehe es bis heute nicht. Waren die eigentlich nicht... Waren die verheiratet? Ja, natürlich. Die waren ja verheiratet. Die waren ja verheiratet. War ein Ehepaar, genau. Das würde ja sonst nicht funktionieren. Warum haben die eigentlich... Also ich meine, das darf ich noch nie vorher drüber nachgedacht haben. Aber warum haben die denn... Warum war sie noch Jungfrau? Da ist irgendwas schief gelaufen. Ja, ich denke auch. Also entweder sie war Monster-Frigide. Eine Erklärung. Was okay ist. Was vollkommen okay ist. Vollkommen in Ordnung. Ganz genau. Vielleicht, um hier nicht als sexistisch dazustehen, vielleicht war auch Josef derjenige, der einfach irgendwie nicht sexuell so aktiv war und da keine Lust drauf hatte. Also vielleicht war er der Frigide. Es könnten beide gewesen sein. Ungewöhnlich ist es, weil eigentlich ist gerade in dieser Zeit ja die Institution der Ehe auch etwas gewesen, was ganz wesentlich dafür war, dass man endlich mal mit jemandem in die Kiste steigen konnte. Es könnte ein schönes Theaterstück drüber schreiben. Einfach über das Gespräch der beiden. Wie könnte das... Weißt du, nach dem Motto, der Josef, sie so lüstern antwortet, mein Schatz. Ey, Maria, ey Baby, Mary, Schnecki, wie wäre es mit uns beiden? Und sie dann irgendwas erzählt von wegen Migräne und Kopfschmerztabletten, die noch nicht erfunden sind? Ja, einfach, dass er sagt, wenn du irgendwelche besonderen Wünsche hast, hättest du das doch sagen können. Wir können ja mal nach Nazareth in diesem Sexshop schauen. Genau. Vielleicht wird es dann für mich irgendwie netter. Wer weiß es. Okay, also das wurde heute... Hat der Engel verkündet, dass die schwanger ist, ja? Naja, es ist wirklich große Freude. Warte mal, er wird doch morgen geboren. Ja, aber die Verkündigung kam erst einen Tag vorher. Nein, Entschuldigung. Jetzt hast du mich echt reingelegt. Wir gedenken dem heute ganz genau. Jetzt hast du mich echt reingelegt. Nein, nein, also wir gedenken am vierten Adventssonntag der Verkündigung. Den dritten Adventssonntag kann man jetzt nicht verraten, was wir da gedenken. Das machen wir nächstes Jahr. Richtig. Also ganz ehrlich, bin ich nicht bereit, jetzt hier einen falschen Tag einzuführen. So nicht. Das heißt ja P-Day. Aber weißt du, was heute auch ist? Und nicht P-Day vor einer Woche. Nee, das stimmt. Weißt du, was heute auch ist? Nee. Festivus. Hab ich vorher noch nie gehört. Ich hab's gelesen. Erklärst du mir, was es ist? Ich erklär's dir. Das ist quasi ein Gegenevent zum kommerziellen Weihnachtsfest, was es ja mittlerweile ist. Absolut. Und an Festivus stellst du dir keinen Tannenbaum hin, sondern du stellst dir eine Metallstange, also quasi eine Pool. Also kannst du auch dran tanzen, theoretisch. Das werde ich jetzt machen. Das werde ich dein Schatz. Dieses Jahr kein Weihnachtsbaum, sondern hier eine Pole-Dance-Stange. Und hier ist ein sexy Outfit. Bitte würdest du da mal erotisch dran rummachen. Tanja, Hobbs oder ich. Oder alle drei. Also jetzt, wenn du mich so fragst, würdest du mich am meisten interessieren. Ja, du wirst unterhalten werden. Ich merke es. Gut, also wenn wir dabei sind, also wenn wir dann Festivus zusammen feiern würden, im Konjunktiv, dann würden wir uns zusammensetzen und dann ist ein großer Teil des Festivus-Festes, dass wir uns gegenseitig erzählen, wo wir uns enttäuscht haben und wo wir uns übereinander geärgert haben. Hab ich dich enttäuscht? Hab ich dich verärgert? Du mich? Jawohl. Dieses Jahr? Ja. Also nein. Also enttäuscht schon mal gar nicht. Klingt ein bisschen so wie dieses Jahr. Nein, nein, nein. Ich probiere gerade zurück. Also Blödsinn. Außerdem denke ich nicht in solchen Kategorien und verärgert. Also nicht so, dass es hängen geblieben ist. Also sowas ist bei mir situativ, wo ich mir dann denke, ach Alex, nerv nicht. Und das ist dann aber auch vorbei. Also ich habe für sowas kein Gedächtnis. Das gibt es aber bei mir allgemein nicht bei Freundschaften. Also meine Freunde sind nicht Leute, die mich ärgern. Die finde ich manchmal komisch. Oder auch mal so ein bisschen, ach guck an. So tickt der. Aber der Rest ist Sympathie. Also alles gut. Das ist schön. Ja, du hast mich auch nicht verärgert und auch nicht enttäuscht. Eher erfreut und begeistert. Das ist jetzt schade. Also es ist nicht schade im Allgemeinen, aber in diesem Fall sehr schade, weil wenn wir denn aneinander Ärger oder Enttäuschung auslassen könnten, müssten wir uns jetzt gegenseitig zu einem Wrestling-Kampf herausfordern. Das wäre wiederum sehr schön. Das würde jetzt wieder mit meiner Power-Dance-Fantasie sehr übereinkommen. Richtig. Und derjenige, der dann drei Sekunden mit den Schultern auf den Rücken gedrückt wird, hat dann verloren. Und ist dementsprechend der, der am meisten genervt hat. Ja, das finde ich eigentlich eine Seriengeschichte, muss ich sagen. Ich trage eigentlich grundsätzlich gerne Konflikte körperlich aus. Finde ich super, weil danach ist es vorbei. Du, ganz ehrlich, halte ich für eine, also fast jeder kennt diesen Film Fight Club. Ich will ihn gar nicht erzählen, aber ganz kurz die Idee, dass ganz normale, zivilisierte, kultivierte Männer sich abends in irgendwelchen dunklen Kaschenen treffen und sich dort per Faustkampf im Grunde genommen abreagieren. Und das ist so eine archaische Form, die gibt es ja in vielerlei Hinsicht. Also wir machen das beim Sport, wir machen das bei sonst was. Aber ich glaube tatsächlich, der Kampf Mann gegen Mann ist nochmal etwas Besonderes. etwas Besonderes. Also ich halte es für eine durchaus zulässige Form des Aggressionsabbaus, solange es beidseitig und freiwillig ist. Also so Englisch-Gentleman-mäßig, so Handschuhe ins Gesicht und dann BAM. Also unter Einhaltung von Regeln, genau richtig, nicht auf Leben und Tod, sondern das körperliche Messen. Ob das jetzt das Wrestling ist, also jetzt nicht in dieser amerikanischen Art und Weise mit Show und sonst irgendwas, sondern das klassische Ketschen ist es ja eigentlich dann. Ich finde, das ist in Ordnung grundsätzlich. Ich hätte da nichts dagegen, wenn Leute sich gegenseitig ein bisschen Fratzengeballer geben und danach gemütlich miteinander eine Buttermilch trinken. Finde ich voll in Ordnung. Ich sage mal so, ich glaube, ja, also ich finde es auch in Ordnung. Ich glaube auch, das ergibt ja auch, da wären wir wieder bei meinem Lieblingsthema Gleichberechtigung, dass das in den Schulen und in den Kindergärten Jungs nicht genug zugestanden wird, dass sie halt eine andere Art der Konfliktaustragung manchmal haben. Und ich glaube auch, zum gewissen Grad ist es auch gut und wichtig, dass man da seinen eigenen Körper und seine eigenen Grenzen kennenlernt, aber eben immer unter Regeln. Aber es ist natürlich, wir haben da Übertragungen. In dem Sinne ist ein Fußballspiel auch eine Art Wettkampf, von dem man sich austoben kann. Also ich muss auch sagen, ich habe quasi meine Gefühle, die nicht meiner Meinung nach mit dem Alltag, die trage ich oft auf dem Fußballplatz. Also Schreien und auch wirklich Aggressionen. Also dass man vor jemandem steht und dem halt richtig, also zum gewissen Grad auch droht oder mit dem halt auch wirklich körperlich aneinander gerät. Aber ich bin dann auch wirklich so, wenn der Schiedsrichter dann pfeift, dann ist es vorbei und dann kann ich mit demjenigen auch gerne eine heiße Milch mit Honig trinken. Das ist übrigens etwas, was ich allgemein an männlichen Auseinandersetzungen sehr, sehr mag. Da fühle ich mich wohl. Man kann sich relativ hart angehen. Man schaut auch mal, ob der andere umfällt. Das ist jetzt nicht nur körperlich gemeint, sondern das kann eben auch in einer Diskussion sein. Und danach setzt man sich wieder hin und trinkt was gemeinsam und hat das abgeklärt. Aber es ist weniger nachtragend. Und mir kommt das sehr entgegen, weil ich mich dann auch in einer Diskussion auch mal ausleben darf, auch mal fehlverhalten darf übrigens, ohne dass der andere mir einen moralischen Vorwurf macht, wie ich mich eigentlich verhalten würde. Und das habe ich häufiger dann mal, wenn ich mich in Diskussionen mit Frauen fehlverhalte, die dann sagen, wie kann man denn so sein und daraus eine moralische Überlegenheit ableiten. Das mag ich nicht. Okay. Sag mal, hast du... So einfach bin ich gestrickt. So einfach bist du gestrickt. Du magst es nicht, wenn man dir moralisch viel verhalten vorbricht. Ich mag überhaupt keine moralischen Predigten. Das mag ich überhaupt nicht. Ich selbst probiere auch nicht zu moralisieren. Ich schon. Ich versuche es nicht. Ich sage ja nicht, dass es mir gelingt, aber ich finde eigentlich Moral eine Einbahnstraße. Finde ich immer wieder problematisch. Regeln ist was anderes, aber Moral hat unterteilt die Welt, finde ich, immer in den Guten und den Schlechten. Und damit habe ich ein Problem. Ja, dieses Problem werden wir nicht in dieser Folge auflösen. Ich dachte, wir kriegen das jetzt hin. Aber sag mal, hast du dir die Baby It's Cold Outside, hast du dir das Video mal angeguckt eigentlich? Das aus dem Originalfilm. Das hatte ich dir als YouTube-Video geschickt. Bin ich nicht dazugekommen. Tut mir leid. Ich hatte so wahnsinnig viel zu tun mit unserem Hörspiel. Und ich habe ehrlich gesagt mit einer zweiten Sache noch zu tun. Denn, du hast es vorhin schon einmal gesagt, du hast den Namen gesagt, bei uns ist jemand Neues eingezogen. Bei uns ist ein Welpe eingezogen. Ein Beagle-Welpe wieder mal. Er heißt Hops. Und ja, das ist ein Baby. Und das ist ein Baby mit spitzen Zähnen. Der probiert alles anzuknabbern und probiert überall sein Sehchen zu machen. Und deswegen bin ich ein bisschen gestresst zurzeit gerade. Das kann ich vollkommen verstehen. Also umso mehr nochmal vielen Dank für die. Du hast ja sowohl die Musik für P-Day nochmal bearbeitet. Also ich meine, es ist ja sowieso von dir geschrieben. Und du hast eigentlich die ganze Nachbearbeitung alleine gemacht. Und das hast du wirklich großartig gemacht. Das ist sehr, sehr lieb von dir. Aber auch dich muss man wieder in den Vordergrund stellen, damit wir hier gegenseitig uns nach oben hieven. Wirklich, weil ich finde, wir haben es gemeinsam geschrieben. Ich finde, das ist wirklich schön gewesen. Es war eine schnelle, unheimlich effiziente Zusammenarbeit wieder mal. Also, du hast mich nicht genervt. Du hast mich nicht enttäuscht. Wir haben heute einfach den falschen Tag ausgewählt. Heute ist noch ein Tag. Den hattest du, da könntest du vielleicht noch was zu sagen. Dämlich die Nosche de Rocha oder keine Ahnung, die Nacht der Radieschen. Genau. Und das, was du gesagt hast, mag rumänisch gewesen sein, eventuell eine andere romanische Sprache. Aber sie hat nichts mit dem zu tun, was es nämlich ist. Es ist nämlich ein mexikanischer, oder es ist total lustig, es ist ein mexikanischer Tag. Es ist die Nosche de Rabanos. Das ist die Nacht der, auch so nahe dran. Ja, sehr. Es ist die Nacht der Radieschen beziehungsweise auch der roten Rettchen. Rabanos. Und was machen die verrückten Mexikaner? Und das ist geil. Und ich fordere, ich fordere tatsächlich alle Hörer auf, Nosche de Rabanos einfach mal zu googeln und dann euch die Bilder anzuschauen. Denn die Schnitzen aus Radieschen alle möglichen Skulpturen, Kirchen, lauter Miniaturen, Menschen bis hin zu Porträts aus Radieschen. Und das machen sie überall in ganz Mexiko und feiern eben die Nacht der Radieschen und stellen überall so eine Art, man kann sich das so vorstellen, wie so Krippen oder wie, ja, wie so Miniatur Wunderland, nur eben aus Radieschen. Man muss schon Mexikaner sein, um sowas gut zu finden, oder? Ich finde es irgendwie geil. Sag mal nur, weißt du, wie lange die das schon feiern? Nein, das weiß ich nicht. Weißt du, hast du es nachgeschaut? Nee, überhaupt nicht. Ich weiß gar nichts darüber. Ich weiß, du hattest den Kacheltext dazu gemacht, weil es heute ja ist. Und mehr weiß ich nicht darüber. Ich fand es aber ganz witzig. Ich finde es sympathisch. Ich finde es vor allen Dingen total sympathisch, dass das irgendwie was ist, was jeder machen kann. Es ist aber irgendwie, es ist kreativ. Ich finde es toll. Ich finde es ein ganz tolles Fest. Es ist nicht kommerziell. Jeder kann sich ein Radieschen greifen. So teuer wird das in Mexiko auch nicht sein. Ich finde es eine ganz tolle Sache. Es ist halt ganz lustig, weil diese Radieschen durch die rote Schale und das weiße Innere, da lassen sich halt Konturen schnitzen. Und das sieht ganz, ganz toll aus eben. Und ja gut, die Mexikaner kennen wir ja schon. Also auch, wir kennen ja diesen Dia de los Muertos, also wo ja auch diese tollen, verzierten Totenschädel kommen, die ja wirklich für die mexikanische Kultur stehen wie nichts zweites im Grunde genommen. Und die Mexikaner haben, finde ich, ausgefallene Feiertage. Und heute, am 23. feiern sie eben Noche de la Manos. Ganz geiles Völkchen auf jeden Fall. Witzig, oder? Also finde ich schon besonders und sehr speziell. Ist dir noch ein Welttag aufgefallen? Tatsächlich, ja. Wobei ich aber gar nichts dazu sagen kann. Was sind Pfeffernüsse für dich? Keine Ahnung. Pfeffernüsse sind für mich Lebkuchen. Und zwar runde Lebkuchen mit einer weißen Glasur, die auch so ein bisschen gepfeffert sind. Also in so Lebkuchenteig sind ja Gewürze drin. Es sind ja andere Gewürze, als die wir vielleicht sonst im Gebäck haben. Und dazu gehört auch ein bisschen Pfeffer wohl. Und heute ist Tag der Pfeffernuss in den Vereinigten Staaten. Auch hier wieder, what the fuck, warum feiert man das denn? Ich finde es viel sinnvoller, Radieschen zu nehmen und die zu schnitzen. Aber im Norden von Mexiko haben wir eben ein weniger einfallsreiches Volk, was ihre Feiertage angeht. Und die feiern heute lieber Pfeffernusstag. Aber die machen da nichts draus. Also es ist nicht so, dass sie jetzt sagen, wir schnitzen aus Pfeffernüssen irgendwas Cooles oder bauen daraus Türme. oder spielen damit Mensch ärgere dich nicht. Nein, sie feiern heute die Pfeffernuss. Wahrscheinlich, weil sie noch satt von gestern sind, wo sie den Cheeseburger gefeiert haben oder sowas. Ich weiß es nicht. Also ein bisschen eigenartig, aber dieser Tag ist mir noch aufgefallen. Und zur Komplettheit wollte ich ihn anbringen. Gut, dann sind wir von mir aus mit dem Welthagen durch. Und jetzt kommt mein Gedicht. Ich bin gespannt. Was ist los? Eben besagter Grund. Klein, vierbeinig, sehr süß und ein bisschen anstrengend. Hat mich tatsächlich davon abgehalten, zum ersten Mal in diesem Jahr. Ich habe kein Gedicht geschafft. Ich konnte mich nicht vorbereiten auf das Gedicht. Das heißt, ich muss dir heute leider sagen, dass du gar kein Geburtstagskind raten darfst. Du kannst sonst raten, wer Geburtstag hat. Aber ich sage dir halt nichts vorher. Also ich bin ein bisschen enttäuscht, weil ich muss ehrlicherweise sagen, wenn schon, hättest du ja auf den Klassiker setzen können, dass Hobbes dein Gedicht gefressen hat. Oh ja. So hausaufgabentechnisch. Genau. Das würde aber jeder auf mich zurückführen. Das müsste man aber wissen als Welpenbesitzer, dass man das nicht macht. Genau. Es haben halt einige Leute, die absolut geeignet gewesen wären, deren ein Gedicht über sie zu schreiben, haben heute Geburtstag. Also am 23.12.1750 zum Beispiel hat Friedrich August I., also der Kurfürst und I. König von Sachsen zum Beispiel Geburtstag gehabt. Dann hatten wir, und das ist auch nicht ganz schlecht, im Jahre 1918 Altbundeskanzler Helmut Schmidt. Oh, der ist am Ende des Ersten Weltkriegs. Also die Gnade der späten Geburt zu ihm auch. Ja, hat dafür den Zweiten Weltkrieg natürlich volle Karte mitgegeben. Also als junger Mann mitbekommen. Ist einem vielleicht auch sonst gar nicht so klar gewesen. Ja. Also auf jeden Fall irgendwie keine ganz unwesentliche Figur in Deutschland. Ganz schön hoch gefeiert, wie ich finde. Bestimmt ein guter Mann, aber der galt so, was Helmut Schmidt gesagt hat. Das war das Orakel. Also man hat ihm eigentlich alles zugelassen, finde ich. Und das finde ich ein bisschen übertrieben. Intelligenter, guter Realpolitiker. Aber ob der jetzt unbedingt das Genie unter den Politikern, und ob er vor allem nach seiner Zeit, wo er draußen war, noch eine Berechtigung hat, sich ständig so korrigierend einzumischen, kann man sich auch mal fragen, finde ich, oder? Ich finde, da stimme ich dir vollkommen zu. Ich fand ihn vollkommen überbewertet. Mich hat es zwischendurch unglaublich genervt, wie er medial gehypt wurde. Ja, ja. Und ich, also er hat mich spätestens genervt, als er in seinem Rollstuhl bei, glaube ich, Beckmann saß. Und Beckmann, glaube ich, zu ihm sagte, müsste die Kanzlerin die Chinesen nicht auch mal auf die Menschenrechte, und dann hat er die gar nicht aussprechen lassen. Also, man soll die Chinesen mal mit den Menschenrechten in Ruhe lassen. Habe ich, glaube ich, auch schon mal in der Folge gesagt. Da habe ich gedacht, du sitzt da gerade in deinem Rollstuhl. Und du sagst, also ich finde halt, klar, die Menschenrechte, also ich finde, die Menschenrechte sind noch so wenig. Also, wenn man, also ich finde darauf, also das ist unverhandelbar für mich. Deswegen, und da spätestens, klar, bin ich mir sicher, realpolitisch hat Deutschland ja gar nicht das Gewicht, um zu sagen, ja, China übrigens macht doch mal. Aber ich finde, es ist immer noch eine Sache, was man vielleicht im Büro mit seinen Kollegen sagt, ja, na gut. Oder ob man das öffentlich im Fernsehen sagt. Weil ich finde halt, die Menschenrechte sind für mich noch zu wenig. Da fehlen noch zusätzliche, also ich glaube auch, wir sollten irgendwie noch mal drüber nachdenken, ob man die erweitern sollte. Wasser, WLAN, also wirklich kultureller Zugang, haben wir ja auch schon mal drüber geredet. Ja, richtig. Und mir ist das noch zu wenig. Und ich denke auch, dass wir viele Probleme in unserer Welt lösen würden, wenn wir einfach eine gute Umverteilung schaffen würden, weil dann würden wir auch keine, viele Sachen, viele Probleme in der dritten Welt würden sich lösen, in dem Sinne, wenn die Menschen Perspektiven haben, dann würden wir auch nicht mehr so viele Kinder bekommen. Dann würden wir auch keine Überbevölkerung bekommen, die wir ja sowieso nicht bekommen, wenn wir Factfulness richtig gelesen haben. Korrekt. Aber genau, so jetzt mein Simon dazu. Also er ist mir zu überbewertet gewesen. Ja. Also natürlich ein großartiger, ein großartiger Politiker, ein wichtiger Politiker, viel in seiner aktiven Zeit, sehr erwähnenswert. Absolut. Aber eben genau diese auf den Thron gehebe, das finde ich auch ein bisschen brutal. Ja. Dann heute haben noch andere Leute Geburtstag, zum Beispiel der Kaiser Akito, der japanische Kaiser, oder Silvia von Schweden, um mal die Königshäuser klarzumachen. Und um auch wieder ein bisschen realpolitisch zu werden, die meiner Meinung nach hübscheste First Lady, die es jemals gab, und gar nicht First Lady heißt, sondern Premier Dame, Carla Bruni, ist 1967 heute geboren und verheiratet wahrscheinlich an der Seite ihres, ist sie noch, ja, sie ist mit Sarkozy, sie ist mit Sarkozy noch verheiratet, oder ist das mittlerweile auch durch? Ich hätte zumindest nichts Gegenteiliges gelesen. Ging mir genauso. Und übrigens noch jemand Wichtiges, finde ich, zumindest für mich, Eddie Vedder hat heute Geburtstag. Das ist immerhin der Frontmann von Pearl Jam und hat damit in der Zeit, in der ich studierte, für eine Bewegung gesorgt, in der Rockmusik, die sich Grunge nannte und die für mich essentiell war, weil sie mich, ach, weil sie ein totaler Ausgleich war. Weil sie genau das gemacht hat, wofür Rockmusik da ist. Sie war wütend, sie war laut, sie war unverträglich, politisch unkorrekt und sie war, auch wichtig, melancholisch. Also all das, was man in jungen Jahren mit sich rumträgt und wo man ein Ventil für braucht, um das rauszubrüllen. Eddie Vedder hat heute Geburtstag. Alles Gute, Eddie. Alles Gute, Eddie. Ich mag Pearl Jam auch, aber irgendwie, ich bin dann doch mehr mit Nirvana sozialisiert worden. Die beiden Bands hängen ja miteinander zusammen. Irgendwie, ich habe das Gefühl, Nirvana kam schon noch ein bisschen später, oder? Als Pearl Jam? Du, jetzt fragst du mich Sachen. Aber egal, das wollte ich gerade sagen, das ist nicht so wichtig. Ich wollte auch noch mal zu Helmut, uns Helmut sagen. Ich mache eine kleine Zukunftsprognose aus Spaß mal zu. Ich glaube, dass in zehn Jahren die Menschen in Deutschland so über uns Angie reden werden, Angela Merkel, wie sie am Schluss über Helmut geredet haben. Sie wird verklärt werden. Mein Tipp. Aber wo wir bei Zukunftsprognose sind. Mach weiter, wo wir bei Zukunftsprognose sind. Ich höre. Du kannst gerne noch was, möchtest du zu dem Gedanken angefangen? Ich habe gerade überlegt, ob ich dazu was sagen möchte. Ich finde, das geschieht allgemein. Also ich finde, Leute werden im Nachhinein halt oftmals verklärt betrachtet und ihr Werk. Ich finde zum Beispiel auch, ein Helmut Kohl wird auf der einen Seite verklärt betrachtet von den Anhängern im positiven Sinne und übrigens genauso übertrieben negativ von den Gegnern, die immer nur sich an eine Spendenaffäre erinnern und an nichts anderes. Also eine richtig gerechte Beurteilung post whom oder post mortem oder post postamt, genau, nämlich nach dem offiziellen Amt. Das muss ich ganz ehrlich sagen, das erlebe ich selten. Also deswegen, ja, ich glaube, das wandelt ja auch immer. Das ist ja aber auch normal. Also in Stalin zum Beispiel wird ja auch in Russland mal hochge... mal versteckt, mal wieder gefeiert und genauso ist es ja auch mit allen Politikern. Und Schröder zum Beispiel wurde jetzt ja eigentlich die letzten zehn Jahre, also fast zumindest von allen bis auf seine eigene Partei für die Hartz-IV-Reform gefeiert. Ich glaube, oder das kippt ja jetzt gerade so ein bisschen und ich kann mir vorstellen, in den nächsten Jahren wird das eher ganz anders gesehen werden, wenn die Hartz-IV-Reformen aufgerollt werden und vielleicht dann wirklich mal geguckt wird, hat das... Also eigentlich sind die Wissenschaftler sich ja mittlerweile fast sicher, dass das Einzige, was Hartz-IV wirklich gebracht hat, ist eine soziale Unsicherheit gefühlt zu bringen und eben kein wirklicher Jobmotor ist immer noch nicht ganz klar. Ist nicht ganz sicher, muss man sagen, ob es ein Jobmotor ist, nicht. Definitiv, die Wirtschaft profitiert von einigen Hartz-IV-Themen sehr, sehr wohl. Das ist die Flexibilisierung der Arbeit gewesen. Das ist eine... Das ist etwas, wo die Wirtschaft auch Zugriff drauf braucht. Das ist schon richtig. Es ist wahnsinnig schwer planbar für die Wirtschaft, wenn du sozusagen jeden Mitarbeiter, den du einstellst, ich sage jetzt mal übertrieben auf Lebenszeit einstellen musst. So. Ein Kompromiss zwischen den beiden Wünschen, dass ein Unternehmen sagt, ich hätte gerne den Faktor Arbeit möglichst flexibel von heute auf morgen ein- und ausgestellt und dem sehr berechtigten Wunsch eines Menschen, der sagt, ich möchte mich nicht von einem Sagen auf den anderen ein- und ausstellen lassen und damit meine Zukunft sozusagen auch davon abhängig machen, dann muss ein Kompromiss gefunden werden. Und da hat Hartz-IV schon etwas gemacht, was sehr sinnvoll ist. Was unerträglich bei Hartz-IV ist, sind eigentlich die Sozialreformen bezüglich der Sozialleistungen des Staates, was schlicht und einfach eine Kürzung war und noch dazu eine pädagogisch dumme Kürzung, weil sie die Leute dauerhaft aus der Arbeitswelt vertreibt. Also für mich ist das Einfachste und ich glaube auch für jeden nachvollziehbare Beispiel ist die Mutter, die von Hartz-IV lebt, vier Kinder hat, was weiß ich, die älteren Kinder sind vielleicht 16, möchten sich was dazu verdienen, weil sie, was weiß ich, Gitarrenunterricht möchten oder einfach nur, weil sie Geld haben möchten, gehen in eine Kneipe und servieren dort oder gehen in den Laden und bedienen dort und dieses Geld, was sie dort verdienen, wird sofort auf den Hartz-IV-Betrag der Mutter angerechnet und wie, wie soll ich einem jungen Menschen beibringen, Mensch, nimm es in die eigene Hand, arbeite was, dann hast du was davon, wenn ich es ihm sofort direkt nehme und diese Dummheiten müssen abgestellt werden in Hartz-IV, das ist, und es ist mir auch nicht klar, warum das 20 Jahre lang dauert, ich verstehe es nicht, ich verstehe es nicht und die CDU möchte es bis heute nicht, die möchte es nicht abschaffen. Ja, das sagt auch wieder einiges über die CDU, aber jetzt sind wir wieder doppelt, also hast du vollkommen recht, aber für mich ist noch, also, nee, das führt zu weit, Hartz-IV, das ist nicht das Einzige, aber da wirst du auch sagen, da sind noch andere Sachen bei Hartz-IV nicht in Ordnung, aber das ist auf jeden Fall sehr offensichtlich Wir waren aber gerade bei Zukunftsprognose, genau. Eigentlich, also wir hatten ja unsere neue Kategorie Zukunftsprognose und genau, eigentlich hätten wir das schon vor zwei Wochen auflösen müssen, als der CDU-Parteitag zu Ende war, da war aber erst unsere Live-Folge, da haben wir es technisch nicht unterbringen können und letzte Woche unser Hörspiel und dementsprechend, was hältst du davon, wenn wir uns mal deine Zukunfts- oder unsere Zukunftsprognosen zum Thema anhören, wer wird neuer CDU-Vorsitzender, das war fünf, das war am, fünf Wochen vor, vor dem CDU-Parteitag. Korrekt, das war kurz nachdem Frau Bundeskanzlerin Angela Merkel angekündigt hat, dass sie für dieses Amt nicht mehr kandidieren wird. Genau. Wollen wir hören? Wollen wir hören. Ich fahr mal ab, oder? Ja. Los geht's. Ich sage jetzt, Wer wird Parteivorsitzender der CDU, mein Lieber? Ähm, ich bin der festen Überzeugung, dass Friedrich Merz wird. Die CDU braucht eine Bekennung zu gewissen konservativen Werten. Wer steht dafür? Auf jeden Fall fällt jetzt Frau Kramp-Karrenbauer weg, weil sie im Grunde genommen eine Doppelung von Frau Merkel ist. Ich finde sie nicht schlecht, also das ist jetzt nicht meine Meinung, aber sie gehört zu einem eher, ja fast schon linken Spektrum innerhalb der CDU. Ich glaube, dass Merz, der ist zu fulminant medial gestartet und ich glaube, der wird bis zur Wahl, bis zu dieser CDU-Wahl noch entzaubert. Ja, ich glaube, dass Laschet oder Annegret Kramp-Karrenbauer, das sind für mich auch die Favoriten, dass sie doch am Ende den CDU-Vorsitz haben, einer von beiden. Tja, ja, also, ja, weißt du was, da sieht man mal, wie Erinnerungen trügt. Ich hätte gedacht, du hättest nur Laschet gesagt und jetzt höre ich gerade, du hast den üblen Trick genommen und hast einfach zwei gesagt und hast dich gar nicht festgelegt, sondern hast gesagt, ich glaube, Laschet, Annegret Kramp-Karrenbauer sparen oder Merz wird es. Nichtsdestotrotz muss ich zumindest eingestehen, dass ich definitiv falsch lag. Ich hätte bis zum Schluss tatsächlich mit Merz gerechnet, hätte es der CDU fast sogar gewünscht, sage ich ganz ehrlich. Und der SPD. Naja, oder dem politischen Spektrum in Deutschland, sagen wir es so, ja. Ja, mit Annegret Kramp-Karrenbauer kann ich gar nichts anfangen, sage ich dir ganz ehrlich. Ich kann mit ihrer konservativen Familien oder allgemeinen Sozialauffassung nichts anfangen anfangen und mit ihrer fast schon linken Wirtschaftsauffassung kann die CDU nichts anfangen und ich eigentlich innerhalb der CDU auch nichts. Also deswegen, für mich bringt sie keine Ruhe ins deutsche Parteien-Spektrum. Nee, das wird sie nicht. Andererseits muss man halt auch sagen, ich finde, man hat gerade in der Vorberichterstattung, wo halt Merz quasi schon gewonnen hatte, auch gemerkt, dass es vielleicht auch gar nicht schlecht ist, dass da wieder eine Frau hinkommt. Einfach, weil das immer noch so komische Reflexe gibt und das ist halt, ich finde es gar nicht, ich finde das gar nicht schlecht. Da musst du mir mal sagen, welchen komischen Reflex du jetzt meinst, das habe ich nicht mitbekommen. Was für komische Reflexe, also dass Frauen halt, ich glaube halt, wenn Merz wieder zurück, also Merz oder Spahn es geworden wären, dann wären viele Sachen, also ich glaube, unter Angela Merkel haben sich viele Sachen doch geändert, die wir gar nicht so bewusst wahrgenommen haben, dass Frauen doch eben, ja, also, dass es halt selbstverständlicher ist, dass Frauen solche Rollen einnehmen. Und ich glaube, das ist gar nicht schlecht, dass es nochmal eine Frau in der konservativen Partei Deutschlands innehaben wird, weil das das noch verfestigen wird. Weil es ist auf jeden Fall auf dem Weg der Gleichberechtigung ein guter Schritt, denke ich. Ja, 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 unbestritten, ist so, genau. Auch wenn ich total bei dir bin, dass ich mit ihrer Vorstellung von Homo, also gegen Homo-Ehe und mit ihrer katholischen Weltsicht und, also, ich werde da, also ich glaube, ich finde Merkel viel, viel toller, als Frau Kramp-Karrenbauer ich sie finden werde. Als Mensch mag ich Merkel. Ja, als Mensch mag ich sie auch. Ich finde sie, ich finde sie, ich mag ihre humorvolle Art und ich mag auch ihre Abgeklärtheit und ich mag eigentlich auch so ein bisschen diesen wissenschaftlichen Hintergrund. Was ich bei Merkel nicht aushalten kann, ist diese komplette Visionslosigkeit. Also, diese Null-Idee so und was machen wir morgen? Keine Ahnung. Stimmt ihr mal ab und nachher sagen wir, wir machen das, was die Mehrheit will. Ich muss aber nochmal gestehen, ich habe das ja, ich habe das jetzt eben zusammengeschnitten und du hast recht, ich habe erst nur Laschet gesagt, du hast mich aber gar nicht ausredet. Deswegen habe ich ein bisschen geschummelt. Ich wollte sagen, Laschet oder, ich kam da gar nicht zu, dass ich Kramp-Karrenbauer noch sagen wollte, weil du hast mir quasi den Satz dann aus dem Mund genommen und hast dann gesagt, ja, der ist ja auch viel zu links und, also länger gesagt und ich habe quasi dann, wo ich mal einen Satz zu Ende bekommen habe, das war bei der zweiten Zukunftsprognose, da habe ich gesagt, ich denke, dass Laschet oder Kramp-Karrenbauer den CDU-Vorsitz gewinnen werden und dementsprechend dann auch Kanzler werden. Alex, ich merke, du hast gelogen, du bist mir doch enttäuscht von mir. Offensichtlich lasse ich dich nicht ausreden. Doch, in dem Moment nur nicht. Aber nein, 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 ich glaube, wir nehmen uns nichts. Das ist alles gut. Nein, 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 ich komme hier nicht zu kurz, keine Sorge. Aber in dem Moment habe ich es zumindest nicht geschafft, das zu sagen, was ich sagen wollte und deswegen habe ich ein bisschen geschummelt. Schuft du, schuft du. Ist dir historisch was aufgefallen? Eine ganze Menge. Dann mal los. Also, einerseits am 23.12.1970, und das soll nur eine ganz kurze Meldung sein, ist in New York der Nordturm des World Trade Centers fertiggestellt worden. Wir wissen alle, dass der heute nicht mehr da ist und der war aber damals, 1970, mit 417 Metern das höchste Gebäude der Welt. Interessant ist, dass am gleichen Datum, allerdings einige Jahre vorher, und zwar 1958, in Tokio ein Gebäude aufgebaut wurde, nämlich der Tokio Tower, der mit 332 Metern damals das höchste Bauwerk der Welt war. also 1958 und den Eiffelturm abgelöst hat, sozusagen. Also, Eiffelturm, dann in Tokio die Tokio Towers und dann 1970 der World Trade Center Nordturm, immer am 23.12. Und da frage ich mich, gibt es hier Gründe für eine Verschwörungstheorie? Was ist am 23.12. los, dass da immer unsere höchsten Gebäude auf einmal fertiggestellt werden? Du weißt ja, 23, das ist ja die Zahl der Illuminaten. Ja, ah, jetzt wissen wir es ganz genau. Und waren es nicht 23 Geschworene, die den Ku Klux Clan gegründet haben? Ja, und eigentlich waren es auch 23 Apostel, die damals Jesus Christus begleiteten. Genau, letztendlich haben wir alle 23 Finger, das wissen wir ja auch, an jeder Hand. Und du darfst eins nicht vergessen, ganz genau, 23 ist nämlich, die Quersumme ist nämlich 5 und das sind eigentlich unsere Finger. So sieht es nämlich aus. Jetzt ergibt alles einen Sinn. Ja, gut, okay, dann, ja, ich glaube, ich könnte mir sogar vorstellen, dass es wirklich eine Bewandtnis hat, dass das, ich meine, im Endeffekt waren die Gebäude ja schon fertig. hat sich eingefallen. Genau. Und zumindest könnte ich mir vorstellen, dass bei dem World Trade Center die beiden anderen Daten bewusst waren und das dann bewusst auch genutzt wurde. Könnte ich mir vorstellen. Wie topnervig, weißt du, irgendwie waren im August fertig mit dem World Trade Center und dann sagen wir, du schlag da nochmal einen Schlitz, wir dürfen erst im Detember fertig werden. Ganz genau. Können wir das nicht fertig machen, das geht, das geht um die Geschichte. Weißt du, dann kam so die Bauabnahme und solche Geschichten, ganz ehrliche, der Marmor, den habt ihr verbaut, ganz genau, könnt ihr rausreißen. Das ist ein Scheißzeug, ganz ehrlich, dann machen wir einen neuen rein. Aber das ist Deutschland. So ging das dann bis Detember. In den USA nicht so gegangen. Ehrlich nicht? Die USA hat gesagt, die sind da viel schlimmer. Meinst du? Weiß nicht. Ist dir was gefallen? Ja, mir ist ganz viel auch gefallen, aber ich möchte nur eine Sache sagen, weil ich das ganz spannend finde. Heute, am 23.12., aber im Jahre 1888, hat sich Van Gogh das Ohr abgeschnitten. Ja. Ja, und das fand ich, also ich weiß, da wusste er ja gar nichts wirklich drüber. Irgendwie jeder weiß ja, glaube ich, also fast jeder, der den Namen Van Gogh kennt, kennt ja, weiß ja, dass er sich irgendwann das Ohr abgeschnitten hat. aber im Absinthausch, soviel ich weiß. So, jetzt kläre ich dich mal auf. Okay. Und zwar, das fand ich nämlich ganz spannend. Der, der gute Herr war nämlich, also der, er hatte einen Bruder, Theo Van Gogh. Theo Van Gogh Van Gogh war der Leiter einer, einer großen Kunst, eines großen Kunsthandels und verdiente gutes Geld und unterstützte seinen Bruder. Im Gegenzug hat der ihm immer einen gewissen Teil seiner Bilder überlassen. Und das ermöglichte Van Gogh halt wirklich, dass er nur von seinem Malen leben konnte. Und Van Gogh ist im Jahre 1888 dann nach Frankreich, weil er wollte halt ein bisschen, also nach Südfrankreich, weil er wollte nach Arles, Aal, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, A-R-L-E-S, Aal. Ich bin nicht der französische Kenner, aber ich würde Aal sagen, jawohl. Ja, er wollte da ursprünglich gar nicht hin, da ist er aber hängen geblieben. Und er hatte sich versprochen, dass er viele Blautöne findet, die er malen kann und ist da hängen geblieben und hat dann da seinen Traum erfüllt. Er wollte eine Künstler-WG schaffen. Er wollte halt ein Haus schaffen, in dem Künstler gemeinsam leben können und Bilder malen können. Hat verschiedene Künstler eingeladen und dort kam dann Gauguin hin. Gauguin. Gauguin. mit dem er befreundet war. Und das hat ihn schon vorher ein bisschen gestresst, weil das beides wohl sehr extrovertierte Charaktere waren. Und der ist halt gekommen und wenige Tage später, das war dann am 23. Dezember, sind die beiden sich halt sehr in die Haare gekommen. Und es ist bis heute nicht klar, wie das wirklich passiert ist. Es gibt sogar Theorien, dass Gauguin ihnen das Ohr abgeschnitten hat. Ach. Ja, und im Endeffekt ist er halt, also es ist Van Gogh am nächsten Tag bewusstlos mit einem hoher weniger aufgewacht. Und es ist halt nicht ganz klar, ob er sich das selber abgeschnitten hat oder ob er das gemacht hat. Gauguin hat sich dazu wohl nicht geäußert. Und Van Gogh weiß es halt selber nicht genau. Und, aber es kann durchaus sein, dass er es selber abgetrennt hat. Er war halt krank. Also er hat halt Anfälle gehabt, die hatte er. Er hat nur noch anderthalb Jahre danach gelebt, ist dann in den letzten Monaten seines Lebens zu seinem Bruder zurückgekehrt und wurde da von einem Arzt komplett falsch behandelt, der von ihm auch mit Bildern bezahlt wurde. Also der Arzt war wohl ein Scharlatan, das war wohl aber auch so relativ schnell später klar. Und dann ist er, weißt du, wie er gestorben ist am Ende? Nee. Wusste ich auch nicht. Der hat Selbstmord begangen. Der hat sich eine Kugel in den Bauch geschossen und ist dann langsam gestorben. Das hatte ich nicht mehr so. Also, irgendeinem wusste ich überhaupt nicht. Ich finde, super spannende Geschichte. Er ist von einem Arzt gefunden worden, der hat die Kugel nicht mehr entfernt. Warum? Konnte ich jetzt nicht rausfinden. Scheinbar hat er keine Chance gesehen und ist dann im Kreise mit seinem Bruder am Bett und mit dem Arzt verstorben. Und sein Bruder ist ein halbes Jahr später auch an Syphilis verstorben. Hatte nicht Van Gogh dieses Ohr irgendwie einer Hure irgendwie noch gegeben? Sagt man das so, Hure? Aber ich weiß gar nicht. Ist das noch politisch korrekt? Also, die Huren sagen selber von sich Huren? Ja, das ist ja immer so eine Sache. Also, ein Schwarzer kann ja auch Nigger sagen. Nein, nein, aber das stimmt nicht. Also, da bin ich mir ganz sicher, dass die Huren den Begriff Hure für richtig halten. Also, den halten sie für den politisch Korrekten. Ich glaube, sie wählen so... Also, Nutte mögen sie nicht und Prostituierte finden sie zu aufgeschweift. Also, deswegen glaube ich, dass Hure... Findest du es despektierlich, Huren? Klingt das in deinen Ohren schlecht? Da Hurensohn ja eine Beleidigung ist, weiß ich nicht, ob... Klingt es für mich erstmal vielleicht nicht ganz positiv, ja. Okay. Aber ich hab da... Jetzt nur, das war so intuitiv. Ich hatte mir Prostituierte notiert, aber ich hab ehrlich gesagt dann gar nicht gefunden. Also, ich hab das hier irgendwie... Also, das war die ursprüngliche Eintrag, dass er am Schluss oder danach das ein Teil des Ohres später einer Prostituierten überreichte. Siehst du, ja? Okay. Aber das hab ich... Warum er das gemacht hat und wo, das hab ich dann doch nicht mehr gefunden. Aber, lange Rede, kurzer Sinn, unglaublich spannende Lebensgeschichte und ich find das ja immer faszinierend wenn Figuren, also wenn mehrere historisch relevante Figuren aufeinandertreffen und dann auch noch so. Also, ich wusste nicht, dass Guga in der Gegend war, als das Ohr von Van Gogh ging. Ah, das ist aber allgemein diese Zeit und das ist dann diese Zeit auch noch gerade in Frankreich und in Paris und natürlich auch die frühe Zeit des 20. Jahrhunderts, wo sich in Paris ja im Grunde genommen das künstlerische Hu ist Hu die Klinke in die Tür gegeben hat. Also, sie saßen ja da alle zusammen, weißt du, also das waren, das sind sowohl die Hemingways als auch natürlich die Picassos und die, was weiß ich nicht alles gewesen, die da alle auf einem Haufen saßen. Also, es muss toll sein. Also, ich würde mich sehr in diese Zeit zurückwünschen und würde gerne irgendwie in irgendwelchen Cafés in Montmartre sitzen und gucken, wer da alles reinkommt und was für extra, weißt du, dann kommt Dali auf einmal rein und der muss irgendwie so ein Wahnsinniger gewesen sein. Wie gesagt, als nächstes kommt Picasso um die Ecke und Mondriani und was weiß ich nicht alles. Das finde ich toll. Diese Zeit finde ich den Hammer. Da wäre ich gerne in Paris gewesen, in Montmartre. Klingt spannend. Ist dir noch was historisch auch zu sagen? Oh ja, gar nicht lange später, also genau, seit fünf Jahren später, nachdem sich Vincent van Gogh das Ohr abgeschnitten hat und offensichtlich drei Jahre später das mal gestorben ist, ist etwas Herrliches entstanden. Wirklich etwas Herrliches. Und zwar, Engelbert Humperdinck hat das Märchen von Hänsel und Gretel als Oper vertont. Und die ist so toll, das ist eine spätromantische Oper, also kurz danach beginnt ja dann die moderne und das ist eine, das klingt immer so als Kinderoper, ist es überhaupt nicht. Eine der tollsten Opern, die es gibt. Zum Teil wurde altes Liedgut genommen und das einfach in die Oper mit reingenommen und zum Teil einfach herrliche Melodien von Engelbert Humperdinck geschrieben und dort mit reingenommen. Und die wurde heute, also am 23.12.1893 Uhr aufgeführt und zwar in Weimar, am Weimarer Hoftheater nämlich. Und das ist, also ich kann jedem nur sagen, geht in diese Oper, das macht so viel Spaß und das sind so schöne Melodien. Und das ist auch für jeden Opernanfänger genau das Richtige, weil so viel Herrliches da drin vorkommt. Das ist wirklich, wirklich, wirklich schön. Ich war dieses Jahr leider nicht, weil, unglaublich, sie wird in Hamburg dieses Jahr nicht aufgeführt. Gehört eigentlich so standardmäßig dazu, also ich bin da eigentlich jedes Jahr, aber sie wird nicht aufgeführt dieses Jahr und deswegen war ich auch nicht da. Können wir ja nächstes Jahr vielleicht zusammen hingehen. Wenn es wieder da ist, also unbedingt, also sehr, sehr gerne, weil das ist wirklich toll. Letztes Jahr war ich mit meinem Neffen und meiner Nichte zusammen drin und mit Tanja natürlich meiner Frau und wir genießen das eigentlich, also Tanja und ich gehen eigentlich fast jedes Jahr, wenn das irgendwie möglich ist, weil wir das beide so schön finden. Es ist sehr weihnachtlich außerdem. Danach geht man auf den Weihnachtsmarkt, trinkt ein Glühwein und alles ist sehr, sehr schön. Es war ja Glühwein, Wurst und Kalt, dann ist Weihnachten für dich. Genau. Du alter Christ. Wie mein Wurst, genau, typisch christliche Geschichten. Ist dir noch was historisch auch? Nee, du bist dran. Nee, ich wollte nur dieses, ich habe ein paar, es sind auch längere und genau, also ich wäre meinen historischen durch. Ja, siehste, ich reagiere auch so. Also nee, es gibt noch eine Kleinigkeit, die würde ich vielleicht noch nennen wollen, weil das finde ich schon enorm. 1954, am 23.12. hat zum ersten Mal eine Nierentransplantation erfolgreich stattgefunden. Oh. Und zwar in Boston. Edward Murray hat das gemacht mit seinem Team in einer fünfeinhalbstündigen Operation, was dann letztendlich zur Folge hatte, dass, ja, dieser Mensch eine funktionierende Niere hatte und nicht mehr an die Dualyse musste, was natürlich ein Wahnsinn ist. Also das ist schon richtig toll. Das ist schon richtig toll. Und jetzt hat sich hier gerade ein kleiner Bette gemeldet und sitzt hier gerade auf meinem Schoß und sieht unheimlich süß aus und findet, dass er jetzt, ja, habt ihr gehört? Ja, genau. Und findet, dass er mal ganz schnell auf Toilette muss. Oh. Weil der kann das nämlich noch nicht. Der kann doch nicht. Meinst du, er hat noch 60 Sekunden Zeit? Die hat er auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Weil er will ja jetzt eigentlich seinen Senf dazugeben, aber er muss sich vielleicht noch 60 Sekunden gedulden, bis du geraten hast, warum man sagt, seinen Senf dazugeben. Ab jetzt hast du 60 Sekunden Zeit, mir ja, nein Fragen zu stellen. Okay. Also, geht es wirklich um Senf? Also um Wurstsenf? Wurstsenf? Ja, es geht um Senf. Kann es sein, dass die Senfgeschmäcker so unterschiedlich waren, dass früher Leute alle ihren eigenen Senf hatten? Nein. Waren Senfgeschmäcker unterschiedlich? Nein. Also ja, vielleicht, aber hat nichts damit zu tun. Okay. Hängt das irgendwie mit Senfmühlen zusammen? Weil es gab ja gar nicht so viele Senfmühlen. Okay. Liegt es daran, dass man mit Senf würzt? Und man sozusagen... Ja, okay. Das bedeutet, sein Senf dazugeben wäre also so eine Geschichte. Ah, der macht jetzt hier irgendwie leckeres Essen und der muss noch sein Senf dazugeben im Sinne von... Der muss noch seine eigene Würze mit reinbringen? Nein. Das halte ich jetzt so logisch. Also nicht Würze in dem Sinne, aber dass man halt das zu Essen dazu tut. Gibt es das auch mit... Er muss seinen Ketchup dazugeben. Noch 10 Sekunden Zeit. Nein. Ich habe gefragt. Oder kann man sagen, er möchte noch sein Pesto hinzugeben zum Beispiel? Kann man bestimmt in Italien sagen, du hast jetzt Zeit zu lösen. Okay, pass auf. Es war folgendermaßen. In der Zeit, in der kleine Welten sehr großen Einfluss hatten, mochten sie überhaupt keinen Senf, weil das war viel zu scharf für sie. Und deswegen waren sie fürchterlich angenervt von Leuten, die überall ihren Senf dazugegeben haben. Und da haben sie jetzt immer gesagt, die waren damals sehr einflussreich und haben eigentlich die Welt regiert. Und dann haben sie gesagt, der muss immer seinen Senf dazugeben und das schmeckt doch gar nicht. Warst du? Also du bist so nah dran mit deiner Quatschprognose. Aber es ist folgendermaßen. Im 17. Jahrhundert galt Senf als etwas sehr Wertvolles. Und dadurch haben sich Wirte haben das folgendermaßen gemacht, damit sie ihren Kunden das Gefühl geben wollten, dass das Essen eine hohe Wertigkeit hat, haben sie Senf dazu. getan. Bei jedem Gericht. Bei jedem Gericht. Das ist aber schlau. Egal was. Hauptsache ein bisschen Senf dazu, dass die Leute sagen, ach Mensch, da ist Senf dabei. Das ist ja ein toller Laden. Das ist ja eine gute Sache. Das ist aber den Leuten ja natürlich auch bewusst gewesen, dass Senf einfach nicht zu jedem Essen passt. Und daher sagt man, im Moment raschelt es sehr stark bei dir. Das sagt man nicht. Aber ja, es raschelt immer noch. Daher kommt es, dass man sagt, wenn jemand etwas Unpassendes in ein Gespräch einfließen lässt, der muss auch noch seinen Senf. Seinen Senf dazugeben, verstehe. Und täuscht eine Wertigkeit vor. Das finde ich wirklich ganz spannend. Das finde ich auch. Das hätte ich vor allem nicht gedacht, dass man überall seinen Senf dazugeben muss. Das hätte ich nicht gedacht. Sehr, sehr spannend. Ich wünsche dir ein frohes Fest. Wir haben nächste Woche noch den letzten P-Day dieses Jahres. Ist dir das klar? Und dann haben wir jede Woche eine Folge gemacht. Und es war ein Fest. Es muss man erst mal durchhalten. Also, ganz, ganz toll. Mir auch. Und ich wünsche dir ein frohes Fest. Den unseren Hörern wünsche ich ein frohes Fest. Und hops wünsche ich ein frohes Fest, der hier gerade jammert. Und ich gehe jetzt nach unten, um mir die Blase meines Welten zu erleichtern. Sehr gut. Dann bis nächste Woche. Und erst mal Feier schön. Und Glühwein und Wurst. Lass es dir schmecken bei Weihnachten. So machen wir das. Bis dann. Tschüss. 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 Vielen Dank.